Ach dann, was haben Sie auch? Nein. Herr Hohen. Herr Hohen. Herr Hohen, bitte nicht, ja. Herr Hohen. Herr Hohen, laufen Sie mal richtig, ja? Was machen Sie gerade hier? Ich warte auf die U-Bahn, ich hab Schulschluss, ja? Was ist los mit dir, Herr Hohen? Sie haben Schulschluss. Ja, ich hab Schluss. Ich bin damals neiglich gerade. Keine Ahnung, 16 Uhr oder so. Das ist auch eine U-Fähne. Ja, 16 Uhr? Ich dachte, Sie schwänzten es schon wieder. Dann lassen Sie das mit denen denken. Das können Sie anscheinend nicht, ja? Das war mein Fehler. Kommt mit der U-Bahn, ja? Sie sind morgen bitte pünktlich wie in einer Schokolade? Was labern Sie für eine Kacke, ja? Nicht so wie gestern? Und dass Sie die Ausreden ja suchen? Das war keine Ausrede. Nichts ist gut, ja, Sie Hund. Ich komm morgen nicht. Morgens Wochenende, morgens Samstag. Sie kleine Hohen, ja, ich schwöre, ich muss das Kopf, sie kurz verschneiden, Alter. Geh mal zur Seite, geh mal weg, ja? Guck mal, wie er läuft hier im Flamingo, ja? Okay, Sie Hund, wir sehen uns, Herr Hohen. Was gefürzen Sie, ja? Niemand, ich geh da nicht rein.